Willi Waschbär Guten Morgen, liebe Spurenleser! Ich möchte euch auch heute wieder begrüssen zu einer weiteren Geschichte von Willi Waschbär. Diesmal möchte ich euch die Geschichte Willi Waschbär und die Flugmaschine erzählen, die mir selber als Ingenieur natürlich sehr gut gefällt, die mich sehr interessant getücht hat. Weil heute ein ganz besonderer Tag ist, nämlich die Pfingsten, möchte ich anschliessend auch noch aus der Kinderbibel eine Geschichte von Pfingsten erzählen. Die Zwar liegt mir die Kinderbibel hier. Die habe ich, die ich daraus erzählen möchte. Aber bevor ich mit der Geschichte Willi Waschbär anfange, möchte ich noch ganz herzlich danken für all die positiven Rückmeldungen, die ich in der letzten Woche von euch bekommen habe. Das ermutigt mich sehr, weiterzumachen und dran zu bleiben und auch heute wieder die Zeit zu investieren für eine Geschichte aufzunehmen für euch. Und eine ganz besonders feste Freude hatte ich an dieser Karte, die mir Diana geschickt hat. Diana gehört zwar nicht zu den Spurenlesern, sie ist erst 4 oder 5, das weiss ich gar nicht. Aber es hat mich besonders gefreut, dass auch Diana offenbar meine Geschichte hat gehört. Jetzt aber zur Geschichte vom Willi Waschbär. Willi Waschbär und die Flugmaschine. Diese Geschichte werde ich euch heute erzählen. Höch über den Eichen fliegt vergnügt der kleine Spatz Tommy durch die Luft. Er landet auf einem Segelflugzug, das der Willi Waschbär gerade gebaut hat. Seid ihr alle fertig zum starten, fragt Tommy Neugierig. Ja? Jetzt kann ich fliegen so wie du, Tommy, sagt der Willi. Der Willi und der Tommy schnaufen und Küchen. Der Tommy zieht und der Willi schiebt das Segelflugzeug eine hohe Vielseite auf. Jetzt geht's los, sagt der Willi. Und der Tommy gibt ihm noch eine letzten Stasse. Du kannst fliegen, ruft der Tommy, als das Segelflugzeug zum Himmel rauf steckt. Aber so schnell wie das Flugzeug in die Höhe geflogen ist, so schnell stürzt es so wieder auf die Erde runter. Nur der Willi, der fliegt immer noch durch die Luft. Danach fällt der Willi direkt in die Arme von König Leo. Der macht gerade einen Spaziergang. Mit so etwas kannst du doch nicht fliegen. Komm mit, ich zeige dir, was du zum Fliegen brauchst. Und der König Leo führt der Willi und der Tommy einen Berg zu einer tollen Schatzkammer mit reichen Schätzen. Als der König Leo die schwere holzige Tür öffnet, kommt ihm ein ganz grelles Licht entgegen. Der Willi und der Tommy erstarren, wo sie die vielen wunderbaren Sachen sehen. Plötzlich kommt der König Leo mit einer grossen Kiste zurück. Was ist denn das? ruft der Willi aufgeregt. Du wirst es sehen, sobald du die Sachen, die in der Kiste sind, zusammengebaut hast. Das hört sich aber spannend an, meint der Willi und klettert auf die Kiste. Pass auf Willi, du brauchst das Buch hier, damit du weisst, wie die einzelnen Teile zusammengebaut werden müssen. und du brauchst schon jemanden, der dir hilft. Triff dich mit dem Bernie und hör ihm gut zu. Nachdem der König Leo fortgegangen ist, versuchen sie die Kiste aufzutun. Sie ziehen, sie drücken und sie stossen mit ganzer Kraft und da plötzlich springt die Kiste auseinander mit einem riesen Knall. Und der Willi und der Bernie und der Tommy wirbeln nur so durch die Luft. Oh je, schau dir nur das durcheinander an. Womit sollen wir jetzt anfangen, sagt der Willi? Der Bernie gibt dem Willi das Buch. Ich denke, wir sollten damit anfangen. Der Willi liest, sucht Teil 1 und schraubt das an die Nummer 32 von der Turbine D an. Oh Mensch, ist das kompliziert. Das kann ja lange dauern, bis wir da fertig sind, seufzt der Willi. Das glaube ich allerdings so, sagt der Professor, der mit schnellen Schritten aus dem Gebüsch hervoreilt. Was erwartest du, wenn ihr die Teile auf so altmodische Art und Weise zusammenbaut? Es gibt jetzt eine neue Methode, sagt er, und wirft dabei das Buch ins Gebüsch. Dazu musst du nämlich nur eine einzige Regel beachten, und die lautet, mach immer das, was du gerade im Moment für Richtung haltest. auf so altmodisch ist. Der Bernie ist ganz bestürzt, als der Willi anfängt, die Teile einfach beliebig zusammenzusetzen. Als der König Leo wiederkommt, um zu schauen, wie die Dinge so stehen, fragt er der Willi, Willi, wo ist denn das Buch, das ich dir gegeben habe? Och, das Buch ist mir viel zu altmodisch. Der Professor hat mir einen viel besseren Tipp gegeben. Der König Leo sagt, ich kann es nicht mit anschauen. Der König Leo jammert richtig, und er sieht, wie der Willi auf die Maschine hochklettert. König Leo, ich bin fertig, ruft der Willi. Ist sie nicht supergut geworden, meine Maschine? Aber sag mal, Willi, was soll denn das da sein? fragt der König Leo, wo er den hässlichen Apparat genauer anschaut. Ein Düsenflugzeug, natürlich, antwortet der Willi. schau mal, du springst einfach auf den Sitz, ziehst den Hebel zurück, und er beginnt die Maschine zu rattern, zu knattern und zu zischen. Willi, willi, komm lieber zurück, die verrückte Maschine sieht recht gefährlich aus. Ach, aber der Professor sagt, dass sie bestimmt sicher ist, nicht wahr, Herr Professor? Genau, die Maschine ist ganz sicher, antwortet der Professor, und bringt sich schnell hinter einem Baum in Sicherheit. Willst du mitfliegen? fragt jetzt der Willi, der Professor. Ich würde ja schon gerne, aber mir fällt gleich ein, ich habe noch etwas ganz, ganz Wichtiges los, heute am Nachmittag. Viel Glück! Ich komme mit, ruft der Tommy. Er hüpft auf die Rückbank, wo der Willi gerade mit dem Kalmdall nachfährt. Zehn, neun, acht. Mit lautem Getäuse hält die Maschine ab, aber der Willi kann sie nicht unter Kontrolle halten. Sie wirbelt quer durch den Wald vom König Leo. Und schaut mal, sie macht gleich eine richtige Schneise in den Wald rein. Die Bäume fallen nur so um. Zehn, schreit der Willi. Alle Tiere ergreifen jetzt die Flucht. Die Maschine fliegt hoch hoch in die Luft und bricht wie eine Rakete durch die Wolke durch. Der Willi versucht verzweifelt, die Maschine wieder in den Griff zu bekommen. Er zieht am Hebel und drückt ganz wild auf alle Knöpfe. Da plötzlich dreht sich die Maschine und stürt wieder auf die Erde runter. Platsch! Das Wasser spritzt die alle Richtungen. Und die Tiere, die das beobachtet haben, schauen auf das Wasser. Werden dann der Willi und der Tommi wieder auftauchen. Vorsicht da unten! Der Tommi schlägt wild mit seinem Flügel. In seinen Krallen hat er der Willi, der noch ganz benommen ist. Wo der Willi zu sich kommt, fällt er wieder direkt in König Leo seine Arme. Achtung, Achtung, wir landen jetzt, sagt der Willi. Willi, du bist schon gelandet, sagt dem König Leo seine sanfte Stimme. Als der Willi sich wieder erholt hat, hüpft er schnell runter und läuft zum Berni. König Leo, bitte gib mir doch noch eine Chance. Ich werde mich ab jetzt immer an das Buch halten und auf den Berni hören. Das verspreche ich dir. Der König Leo ist einverstanden damit. Am nächsten Tag wird die Flugmaschine aus dem See gezogen. Und der Willi, der Berni und der Tommi föhnen von neuem an die Maschine zusammenzusetzen. Aber das mal mit dem Buch. Der Willi ist überrascht, wie sehr ihm die anstrengende und schwierige Arbeit Freude macht. Ein paar Wochen später, wo der König Leo gerade sie täglich Spaziergang macht, da gehört er von oben eine Stimme. Hallo, da unten. Hier ist unser Flugzeug X25. Höch über den Bäumen schwebt der Willi in seiner neuen Maschine. Willi, du hast es geschafft, ruft der König Leo. Nicht ich, ruft der Willi und hält das Buch hoch. Der Tommi und der Berni sitzen neben ihm. Jetzt zeigen wir ihm, was die Maschine alles so kann. Der Willi, der Tommi und der Berni zeigen ein Kunststück nach dem anderen. Das hat man über dem König Leo im Wald noch gar nie gesehen, so etwas. Ja, das war die Geschichte vom Willi Westbärl von der Flugmaschine. Ich hoffe, sie hätten euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt hier herausgefunden, wer hier die Personen, respektive die Tiere sind, die hier drin vorkommen. Willi und König Leo kennen ihr auch schon von den Geschichten, die ich euch das letzte Mal erzählt habe. Jetzt kommt hier aber auch noch ein Geissbock vor, den man sogar Professor nennt. Was ist denn das für ein Typ? Und das Buch, das es darum geht. Was ist das für ein Buch? Findet ihr das auch heraus? Und weil heute ein ganz besonderer Tag ist, nämlich das Pfingstfest, möchte ich euch auch die Pfingstgeschichte erzählen. Aus der Apostelgeschichte 2 lese ich hier vor, aus der Kinderbibel. 10 Tage, nachdem die Jünger gesehen haben, wie Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Da haben sie zusammen mit jüdischen Gläubigen aus aller Welt, die nach Jerusalem gekommen sind, das jüdische Pfingstfest geführt. Das nennen die Juden eigentlich das Schabuot-Fest. Das hat nachher die Anna-Marie vor zwei oder dreien Wochen davon erzählt. Als sich die Jünger am Sonntag getroffen haben, hat plötzlich ein kräftiges Windbrusen das Haus erfüllt. Kleine Feuerzungen haben sich auf ihnen niedergelassen und haben sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Eine unsägbare Freude ist in ihnen aufgestiegen und sie haben angefangen, Gott laut zu loben und zu preisen. Eine grosse Menschenmenge hat sich versammelt und zum Erstaunen von allen Leuten haben plötzlich die Jünger in ganz verschiedenen Sprachen angefangen zu sprechen. «Kommen die nicht aus der Galiläa?» hat plötzlich ein Fremder in der Menge gefragt. Wie ist es denn möglich, dass ich diese in meiner eigenen Sprache spreche, und dass ich diese erzähle vom wunderbaren Wirken von Gott? Andere haben gedacht, die Jünger seien betrunken. Aber Petrus hat erklärt, «Nein, wir sind nicht betrunken. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat uns den Heiligen Geist über uns ausgegossen. Jetzt werden wir prophezeien und Erstaunliche wundervoll bringen, so wie es der Prophet Joel ja vorausgesagt hat. Der Jesus, der ihr gekreuzigt habt, der lebt, und Gott hat ihn zum Herr über uns alle gemacht. Als die Menschen das gehört haben, haben sie sich sehr geschämt und haben die Jünger gefragt, was sie denn machen sollen. «Sagt Gott, dass ihr eure Sünden bereuen und lasst euch taufen?» hat und Adr Petrus geantwortet. «Gott wird euch vergeben und den Heiligen Geist werdet ihr auch überkommen. Und an diesem Tag haben 3000 Menschen Jesus als ihr Erlöser gefunden.» «Ja, jetzt bleibt mir nichts weiter, als euch eine schöne, erholsame Pfingsten zu wünschen. Und bleibt gesund.» «Gott.